Ja, und hier bin ich wieder zurück und, äh, hallo, wo bin ich denn? Ja, anscheinend ist gar nichts passiert, während ich die gelbe Ping hatte und das heißt, ich bin hier stehen geblieben und, äh, ich muss den Weg jetzt nochmal gehen, hier durch, über die Tankstelle, über die Tankstelle, bis zum Supermarkt. Und das kann schon ein Abenteuer wert sein. Nicht wahr? Ach Gottchen. Oh, hier gehen immer diese Zombie-Panel lang. Und dann sieht man auch endlich nicht mehr diese weißen Punkte, überall wo die Zombies sind. Das ist natürlich auf der einen Seite schön, für natürlich kein Bug-Using hier, und auf der anderen Seite schade, weil es dadurch schwieriger wird. Beziehungsweise nichts so leichtes mehr, weil es ja so eigentlich normal ist. Ja, und jetzt findet man im Shop hier natürlich nur Crap, ne? Einfach nur Müll. Das brauchen wir doch alles nicht, ey. Komm, dann gehen wir nochmal ein bisschen durch den Wald. Und dann wieder Richtung, äh, Ciano. Und dann versuchen wir unser Glück. Es kann ja wirklich was werden. Ei, 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 ei. Oh, da ist ein Wildschwein. Wann habe ich eigentlich? Ja. Äh, ja, da habe ich aber momentan nicht genug Platz im Inventar, um ein bisschen Schweinefleisch zu holen, weil ich kann den ja töten mit der Axt und dann ausweilen mit dem Messer. Aber, ja, vielleicht braucht halt auch ihren Platz. Oder seinen Platz. Und, und deswegen lassen wir das hier erstmal da. Vielleicht ja auf dem Rückweg oder so. Falls es denn einen Rückweg gibt. Ist das ein Zombie? Ein Müllhammer oder so. Alter. Ja, bei diesem Spiel, wer da nicht paranoid wird, der, keine Ahnung. Der hat wahrscheinlich Nerven aufs Stahn und heißt Tom Cruise oder so. Ei, ei. Ei, ei, ei. Alter. Dann sieht man schon, glaube ich, wie die... Ja, das ist die Kirche, denn. Sehr gut. Das ist geradezu pornös. Nicht. Denn in das Fabrikgelände, da wollen wir aber nicht hin, weil es da eher uninteressantere Sachen gibt. Wobei da natürlich auch weniger Spieler sind, ne? Hm. Also, Industrie und Fabrikgelände und so weiter. Besucht man meistens eigentlich erst, sobald man ein Auto oder irgendwie sowas ähnliches zusammenbauen will. Weil man da vorzüglich eher, äh, vorzüglich findet man da vorzügliche Autoteile. Wie Windschutzscheiben, ähm, Motoren oder Reifen, was auch immer. Deswegen gehe ich da nicht hin, weil ich das noch nicht brauche. Sowieso ein Auto zusammenzubauen ist auch so ein Kraftakt, das schafft man eigentlich fast gar nicht alleine. Weil, schafft man nicht. Ja, die Musik, die macht das auch nicht unbedingt entspannender. Eieiei. Ist auch wieder ein Zombie. Okay, hier sehe ich jetzt keine Zombies. Doch, da rechts. Ich wollte schon gerade sagen, trügerisch ruhig. Ja, entweder es ist in diesem Spiel trügerisch ruhig. Ja, der hat mich gesehen. Hiiii. Ich bin weg. Komm, wo rein ich denn jetzt hin, ey? Scheiße. Da hinten ist wieder der Feuerturm. Ja. Dem will ich auch noch einen Besuch abstatten. Aber erst will ich natürlich in den Supermarkets. Ich kann die Zombies ja hierdurch vielleicht abschütteln. Weil, wie gesagt, die können ja nicht durch Dinktums rennen. Die können da nur durch, äh, gehen. Das ist... Weiß nicht, ob das ein Bug ist oder nicht, aber... Der wird so oft benutzt. Das ist eigentlich schon kein Bug sein. Das ist eigentlich schon mehr ein Feature. Okay, da sind keine Zombies. Hinter mir schon. Okay, hier ist nichts drin. Auf der anderen Seite auch nichts, siehst du? Oder seht ihr? Jetzt kann er da nur gehen. Ich kann mich jetzt getrost dem Supermarkt nähern. Falls ich denn keine Zombies anlocke. Hoffe ich doch einfach mal, dass ich nichts anlocke. Oh, nö, dann hab ich schon eins angelockt. Fuck. Lol. Ah doch, da ist ein... Tja, da ist ein, das ist ein, das ist ein hier. Wie heißen die Dinger nochmal? Rucksack. Und da ist noch einer. Das war doch ein geilerer. Äh. Lol. Take Woodpile. Äh. Ich würde eigentlich... Ja... Den Rucksack bevorzugen. Ja, wie geil, mach ich mal als den, ja. Ja, Gottchen, mach ich's mal so. Oh Gott. Sag dich. Fuck. Fuck. Das ist doch Kiel, ey. Ja. Take Alice Pack. Juhu. Weil der hat jetzt auch, keine Ahnung, doppelt so viel Platz oder so. So, und da können wir jetzt allen möglichen Quatsch reintun. Ich hör... Oh oh. Ich höre fliegen. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen sein soll. Immer noch besser als ein lebender Mensch hier drinne. Aber irgendwo durch muss der ja gestorben sein. Und es kann ja auch gut sein, dass er durch einen anderen Menschen gestorben ist. Wobei der Shop... Ja, der sieht... Ich weiß nicht, ob der schon gelootet wurde oder nicht. Schwierig einzuschätzen. Hier, das kann ich auch mal raus tun. Hier, das baue ich ja nicht. So. Scheiße, ich hab auch immer noch nur ne Axt, ne? Da ist nichts. Soweit, so gut. Dann hier... Ja, ich muss natürlich noch ein paar Bandagen mitnehmen. So, hier haben wir ein bisschen kruppelige Tauschaktionen hier, aber was soll's? Was soll denn der Geiz? Vielleicht esse ich jetzt auch mal hier kurz ein Stück. Ich höre Zombies. Ich hab Angst. Scheiße. Was ist das denn hier? Ah, das ist ne Map. Kann ich euch jetzt mal kurz ne Map zeigen? Da. Da unten sind wir. In Tschernogorsk. In der größten Stadt. So groß ist das ganze Vieh hier. Oh, da hat auch jemand was markiert. Wichtig. Ah ne, so. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir grad von Zombies geschnetzet werden. Ne. Wann hört die Zombies? Was ist das hier denn? Das ist auch ne Map. Ja, wenn schon, dann vielleicht zwei, ne? Was ich auch mal machen kann, weil es sind ja das Leben aufpinscht. Kann ich ja mal hier, ich kann das mal ein bisschen, äh, die Endfield-Magazin, auch alles ein bisschen in den Rucksack rein. So. Alter, irgendwo sind hier aggressive Zombies. Hat hier irgendjemand von Zombies angegriffen? Ich weiß es nicht. Will ich's wissen? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich's wissen will. Ja, das ist doch auch mal schön. So, noch einmal was essen. Dann haben wir auch endlich mal genug gegessen. Na ja, sonst kriegen wir gleich noch einen vollen Bauch. Ja, ne, was war das? So, dann nehm ich mir hier mal noch ein bisschen was zu essen mit. Dann noch eins und eins noch in den Rucksack. Dann machen wir mal Baked Beans. Baked Beans, baby. Hm, okay, hier ist nichts. Guck mir doch hier hinten. Das mach ich jetzt noch zu. Äh, mach's wieder auf. Ne, das ist so ein Rucksack. Okay. Kein Menschenkontakt. Ich hab allerdings auch keine Woche gefunden. So, ich könnte jetzt mal hier Richtung Kirche gehen noch oder ich geh jetzt Richtung Feuerstation. Ich geh jetzt Richtung Feuerstation. No is no fun. Oh. Oh. Och, Gottchen. Ei, 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 ei. Okay, ich glaub mich hat ganz an mir verfolgt. Leute, es zählt. Mann, so fuck, kann ich erstmal fast gegen, ey. Ja, mit nichts drin, ne? Sehr gut. Wurde wahrscheinlich schon gelootet. Aber dieses ist schon gleich Stacheldraht hier vor dem Hintereingang schon. Okay, da sehe ich jetzt mal nichts drin, ne? Erstmal Tür zumachen. Ich höre irgendwo ein aggressives Zombie. Okay. Soweit so gut. Drinnen sind wir schon mal. Es kann natürlich sein, dass natürlich jederzeit oben ein Spastika ist. Oh, sehr gut. Und ich höre auch schon fliegen. Wahrscheinlich ist einer im Turm gestorben. Äh, add to two birds. Ja, nun noch die AK. Alter, AK, ey. Richtig fette Waffe. Aber keine Waffe-Munition, ey. Fuck. Nee, hier ist nichts. Ich denke, dass irgendwo ein Sniper sein wird und er auf den Turm ziehen wird. Das ist... Leute, da habe ich rote Ping, ey. Es könnte jederzeit sein, dass wir von einem Sniper zurückgeschossen werden. Fuck. Okay, jetzt nochmal... Eine weitere Waffe. Die M9. Hätte ich auch noch nie. Alter. Okay. Hier und das. Kommt jetzt noch beides noch ins Star rein. Ich weiß auch leider nicht, wo genau... Ne, das ist ein Zombie-Dom. Okay. Ja, leichte Grafik-Bugs. Aber damit müssen wir jetzt leben. Feldnismäßig leichte Grafik-Bugs. Wo ist denn... Noll, wo ist denn hier die Leiche? Fuck. Jetzt hier ein Trick, den ich jedem empfehle. So, um nach außen. Ah, da draußen ist die Leiche. So, dass ich die nicht sehe, ey. So. Warte, machen wir ja mal den, ja. Und tun uns die AKM in den Rucksack. Laden mal mit der M9 nach. Oder M9. Malta. Oh Gott, wieso muss ich mich dafür hinsetzen? Okay. Der hat schon mal nichts im Rucksack. Hat er denn noch was? Ja, er hat einen Lee Enfield. Bandage. Soda. Ja, und damit ist mein Inventar auch schon fast voll. Soll ich es mal auch hinlegen, ey. Ich hab ja kein... Ach, komm. Wieso kann man nur auf sein Inventar, wenn man sitzt? Ah ja, ich kann ja auch was trinken erstmal. Ja, hier gemütlich ein Zischen, während man abgesniped wird von irgendwo. Und jetzt kann ich... Ja, was ist das hier denn? Also... M9 da rein. Lee Enfield Magazin. Kann ich jetzt mal dahin tun. Und dann noch... MP5 dahin. M9 nachladen. Okay. Wie war es, Lee Enfield? Ah, sehr gut. Hat volle Munition. Okay, und jetzt... Versuchen wir die Grafik-Bugs wegzubekommen. Äh, Shift. Nummer aus Minus. Und Flush. Okay. Receiving. 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 Reiß. Evening. Ah. Ah. Ja. Black. Und so. Ah, die Welt muss sich jetzt noch ein bisschen aufbauen. Ah, ne. Ich weiß mal, der Leiter kommt man da nicht... Doch, natürlich kommt man da runter. Ah, das habe ich doch letztens gelernt. So ein Experte bin ich, ne? Und dann lerne ich hier immer noch Sachen. So, was sind das für Leitergeräusche, ey? Das ist eine Stahlleiter. Ich sehe keine Gegner. Noch nicht. Ist das Server denn... Ja, da sind noch viele drauf. Da rauf. So. Ja, das ist der Mega-Trick. Und dann kann man von hier oben, bam, da reinballern und dann... Alle töten. Gut. Das nächste Ziel auf der Liste. Also Supermarkt. Check. Feuerstation. Check. Und jetzt... Dann gehe ich vielleicht nochmal in die Kirche und dann war es das eigentlich auch schon. Jetzt hier noch ein bisschen Kleinkram und dann... Dann gehe ich weiter. Lasst Tut. in